So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2, die Anniversary Edition. Ja, wir waren ja letztes Mal stehen geblieben bei dem Camp, also beim Zelten. Und haben was über das Battle of Good and Evil erfahren. Und jetzt sagt Elena, I hate darkness. Und jetzt kommt das Schlafsymbol schon von, okay, jetzt können wir schlafen. Und ja, jetzt geht's weiter. We gotta get going early tomorrow. Let's hit the sack. Genau. Oh mein Gott. Stop it! Stay away from me! My body is melting! Stay away from me! Boah, Elena, schreit nicht so. Oh mein Gott. Slicecourt. Shh! That's strange. It's too quiet. Hey! Rowan, wake up! Shh! Something's here! Wah! 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 Oh Gott! Wah! Wah! Oh Gott! Ein Beastman! I spoke as a Beastman! I spoke as a Beastman! Oder? Oh, sie müssen platt kriegen! Jetzt macht er uns platt! Haha! Alter, ist das schnell! Alter, da greift Stormy Uda an! Ey! Schnell! Scheiß drauf! Wir halten zwei Schläge aus mindestens. Komisch! 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 Bam! Und Bam! Los! Nochmal! Schnell! Das hat reingehauen. Oh, oh, ich mach da jetzt... Oh nein, Beast Fang Cut. Das kann tödlich enden. Ohohohohohoho... Es ist fast tödlich enden. Aber noch fast. Hier geht's mein Impact Bomb. Los, den Typ kriegen wir hin, Mensch. Das ist Hard Mode. Nein. Tensei kann slash. Nein, das machst du nicht! Vergiss es! Bam! Ah, verdammt. Jawohl, jetzt macht der Biest-Fankart. Boah, Elena, brech ab! Abbrechen! Bamm! Mein Gott. Oh, jetzt kommt... Nein! Schöne wieder. Ah! Das schaffen wir jetzt wohl nicht mehr. Das schaffen wir noch! Oh, ho, 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 ho. Draufhauen, draufhauen! Ach, Mann! Kommt doch durch. Die Biest-Fankart! Oh, ho, 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 ho. Damn, that hurts. Mann! Ryudo, heil dich! Schnell! There you go! Der hat's nur auf den abgesehen. Der greift nicht die anderen Beden an. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Das machst du nicht. Nein! Nein! Greif hier wohl nur mal an. Ich wehre mich jetzt ab, so. Ha! Das machst du jetzt, ne? Doch! Doch! Ach, immer noch nicht. Nein! Alter, eins! Mal was aus zum Heilen. Nee! Nee! Oh! Ein HP noch! Oh! Jetzt fall um, du Typ! Bam! Oh! Puh! Jetzt hab ich's Haufen XP. Oh, 50. Boah! Ist aber leise. Was? Was ist das? Was ist das Sinn? Warum hast du mich verletzt? Es war Melchol. Das gleiche Schmarrn als das der Kirche, die in meinem Kirche verletzt hat. Der Schmarrn, der Schmarrn, macht mich verrückt. Ich muss ihn finden, dieser Malfus. Was? Er hat gesagt, Malfus ist für Judo. Ich rieche wie Malfus? Ist das wahr? Du, du kennst Malfus? Ich kann. Ich verstehe. Ihr Schmarrn hat nicht den Schmarrn der Schmarrn. Ich habe mich vergessen. Hey, du! Mein Bruder! Ist Malfus alive? Malfus ist ein Dämoner. Der Schmarrn der Ruination. Mein Name ist Merrick. Ich entschuldige dich. Ich entschuldige dich. Ich entschuldige mich. Wer ist Malfus? Wer ist Malfus? Er ist mein Bruder. Ja, er ist sein Bruder. Ja, er ist sein Bruder. kann man höchstens nur um das jungen leise macht da kann man bloß wieder raus jetzt zum desktop raus bevor ich die nächste aufnahme starte mache ich die effekte leiser diese hintergrundgeräusche dieses wind oder das gerausche hört man ja die stimmen gar nicht die erzählen hier dass man hier läuft lasst mich alle in ruhe also die nutzen wir mit gibt es noch was von mir ausgehen das geld 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 regiert die welt mehr gibt sie nicht nein gut gut nein tschüss nein nein geht weg geht weg rutscht ausgedrehts haha ha 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 ausgedrehts ich wir machen es ist ich 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 Zitzen, die Zitzen und die Zitzen. ARD Text im Auftrag von Funk If this town weren't caused by darkness, it would be a nice town. Oh my, what is the matter? I can't live here anymore. We're leaving. Leave them alone, Elena. You planning on staying in town? I advise against it. Besides, the gates won't open until tomorrow. Isn't the Skyway running? Not until tomorrow, but don't get your hopes up. They don't let people on it. Come again? Huh? But people were on it just now. What a private use of that miserable Gadan. Maybe it's for the best, since anyone who visits the town wants to leave as soon as possible. Hey, just forget about it. Um, if there's anything I can do... Thank you for your kind offer, but we can't stay in this town. There's nothing left for us here. Oh, that geht halt. Cheerful folk. Oh, here's a shop. Welcome to Lichu. So, is that anyone else you want to have? Ja, noch was für die Elena, wahrscheinlich, oder? Das ist teurer, aber schwächer und das ist billiger und stärker. Naja, mir soll's recht sein. So, Waffen haben wir erstmal. Äh, ich will wieder besser Rüstung. Nein, verdammt. Hunters Boots. Die können wir uns grad noch so leisten. Hand Grenade. Insekt, 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 Bomb. Ja, Insekt, Bomb ist sowieso sowas. Irgend so was, oder irgendwie, ich weiß nicht, wie das heißt. Okay, mehr gibt's hier nicht. Come back soon. Nee, werd's nicht mehr. Alles gekauft. Ah, some customers. How unschul. Here to stay the night. Erstmal heilen, speichauen und dann stay the night. The only thing we got is... The only thing we got to eat is Aurumroot. Still want to stay? Whatever. Just serve it up quick. I'm hungry. Hey Ryudo, do us whatever, Gamops. That's it. The Delissy. I forgot to try this time. Bye. Oh, bye. Boy, are we lucky. Delissy. Um, yes, the Delissy. 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 Anyway, that's all we got. Take it or leave it. Quite a Slay's pitch. How about it? Oh, a Slay's pitch. Come on, let's try that stuff. Rowan calls it Delissy. Delissy. Ähm. Ich hab mir gar nichts auf dem Tisch. Jeet. How can this be a famous look at Delissy? Oder Delissy? Delissy? Weil jetzt kommt ja von Delicious. Von Lecker-Dings hier. Oder Delissy. Irgendwie sowas. This must be an angry taste. Ugh, this can't be edible. It's like eating sand. I have never eaten anything like this before. It has the most disgusting texture. It feels so rough in my mouth. Are you sure this is even edible? Ugh, people actually eat this stuff. I have never had such mushy food. Mushy. But how can people even eat this stuff? Is this all they have to eat here? I think I will abstain from meals from here on out. Can we get on the skyway soon, please? I've been thinking we ought to go see this scared and guy tomorrow. Let's go shake him up a bit. Äh, what are you doing here? What are you doing here? God, help me. So a arme Stadt here, or what? No, no, I want to take a night here to bring. Beziehungsweise hier rasten. Nein, 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 nein. Nope. Sand schmeckt nicht. Oh. Da ist jetzt ein kleiner Junge. Oh my goodness. Oh my goodness. Are you all right? Goodness. What is the matter? Where does it hurt? I'm hungry. Ah, this is a problem. Easily was remedied. I am sure we have something to eat. Please, a moment. An apfel. Oh. Was? Oh, nee. Oh. Eh. Is... Is the boy sick? Young miss. Please, do not give him any food. It is too much of a temptation. What do you mean? The people of this town cannot eat normal food, even if they want it to. They can only fear that disgusting Arum root. I do not understand. What do you mean? They cannot eat. Hä? Elena. Don't talk to strangers. Besides, they could be diseased. If so, we must help them. Elena setzt sich für alle ein. Ich muss wirklich was, was machen. Ey, die können nicht nur Sand essen. Doch gar nix. I'm hungry. I can't stand it anymore. If we have to keep eating only Arum root, we're going to die. Shut up! You ask for too much. Here, eat this! Oh, my... Please. It's not used. I can't eat it either. Here, let's leave this town. We can try starting a farm somewhere. But we don't know if we will be able to eat, even if we leave this town. I'm sorry. We will manage it. Somehow. What exactly is going on in this town? You must be travelers. You ought to leave this town quickly. What is your difficulty? I serve Lord Grenneth, and I may be of some small help. The people in this town have lost their sense of taste. Their sense of taste? Thanks to the Skyway, this town was once a bustling trade center. My youth band has been working on the Skyway. The work was hard, but the pay was good, so we were never a want for anything. But just ten days ago, all food began to lose its taste. It was like eating sand or rocks. Soon we lost all internet in eating almost any kind of food. We thought that only we were sick, but before we knew it, everyone in town was suffering. The only thing we could eat was the Arumroot, which was tasteless to begin with. I googled Lena Arumroot. But now, no matter how much we eat, we never even begin to get full. I've never heard of a disease that makes you lose your sense of taste. How about you, Ryudo? Ask Elena. She doesn't seem to have much taste in anything, bonnets include. Maybe this town is somehow cursed. I don't remember anyone doing anything against the will of Lord Grannas. You must be miserable. I wish there were something I could do. You worked on the Skyway, right? How do we catch a lift? In the center of town, you will find the mansion of Mr. Gadan, manager of the Skyway. You can ask him, but I doubt he help you. Okay. Aber Leute, wir machen hier wieder erstmal einen Cut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal.